Wir befinden uns in Bornheim, dem Mittelzentrum zwischen Köln und Bonn. Im Herzen dieser Stadt berät das Familienunternehmen Nettekoven seit 1952 kompetent seine Kunden rund um die Immobilien. Das Immobilienzentrum Nettekoven Bornheim bietet Ihnen als Bauträger die schlüsselfertige Errichtung Ihres neuen Heims, als Einfamilienhaus oder Eigentumswohnung. Als Makler die sachkundige Vermarktung Ihres Grundstücks, Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung sowohl zum Verkauf als auch zur Vermietung. Als Finanzierungsberater die Vermittlung günstiger Darlehen und Beratung über die Möglichkeiten von Fördermitteln, zum Beispiel KfW und öffentliche Mittel der NRW-Bank. Und als Komplettdienstleister kümmert sich die Varo-Hausverwaltung auch vor Ort um die wirtschaftliche und technische Betreuung Ihres Mehrfamilienhauses, Ihrer Wohneigentumsanlage oder Ihrer Gewerbeimmobilie zuverlässig und kompetent. Die Inhaber und Mitarbeiter des Immobilienzentrums Nettekoven Bornheim freuen sich darauf, Ihnen bei Ihren Fragen rund um die Immobilie behilflich sein zu können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017